Jetzt haben wir noch was ganz Spezielles. Eine Ohana Shakelele. Ein Shaker in Ukuleleform. Vorne aus Mahagoni, hinten aus Mahagoni, in der Mitte aus Mahagoni und dazwischen Streifen aus Ahorn. Das ist was Feines. Man kann es schütteln. Und auch in diese Richtung kann man es schütteln. Und in diese Richtung kann man es schütteln. E-E-O, komm und schüttel mir deine Ukulele.